hallo liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde division beta in der darkzone und ja wir haben ja in der letzten folge ein bisschen auf den sack gekriegt haben aber auch ein spieler geholt haben dann nur leider den loot wieder verloren aber wir haben die namen auf der liste stehen auf der schwarze liste und gemeinsam mit dem afuju werde ich die jetzt ja genutzt genau curry packt die wummer aus es geht los ja wir haben richtig eins auf die oma gekriegt aber richtig aber richtig heilige scheiße aber die haben meinen blut nicht mitgenommen oder einfach was anderes ich weiß nicht er meinte in letzten folge für alle die es nicht gesehen aber er hat gesagt thank you thank you guys thank you ja ja genau die beiden die die das kühlix typi da aber wie hier plötzlich dieser schneesturm ist ne ja ich mal hier ein bisschen reingegangen hast du eigentlich schon mal diese dark so ein kies gehabt ne ich habe bisher nur hey wo laufen wir eigentlich hin stell dich mal kurz sehen ich will mal ein foto machen foto hier stell dich mal dahin volle müllsäcken was war das der ploppt einfach weg was hab ich da gerade gehört das war so ein dr matt bonsai wer ist das denn gegner 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 so aber ich sehe überhaupt nichts ich auch nicht hier habe ich habe ich habe ich weil hier sind noch zwei hast du ja die die rüstung ist schon mal dauernd von ihm habe ich okay nice wo ist der andere ja irgendeiner war hier noch ne alter wie das hier gerade aussieht ey sorry das sieht so geil aus ohne witz ich habe darkzone währung bekommen curry ok ja gut dann haben wir glaube ich alle was macht es zu den verlorenen objekten da vorne hin ich will mal gucken ob das meine sind es kann auch sein dass da die leute sind ne ja ja ich weiß ey dass die auf uns warten boah der schnee alter was da ist mega krass rechts ist mad bonsai lp ja da ist noch loot hier ich hole das mal stimmt das sind die verlorenen objekte kannst du mal aufsammeln da war aber nichts besonderes oh man sieht gar nichts was ist denn links eigentlich dieses grüne was ist das da gehen wir da hinkommen bergung hat begonnen da geht es gar nicht weiter ich sehe gar nichts wie soll man sich denn hier fortbewegen aber das ist gut zum flüchten finde ich das kannst du vergessen ja ja gut aber wenn die uns mal hier geht es runter in die u-bahn ok wollen wir mal hier runter haben wir vielleicht mal ein bisschen bessere sicht aber das ist direkt bei uns ne echt ja es ist direkt hier oben willst du da hin kommen wir beobachten es mal wer das ist warte warte aber lass echt aufpassen hast du recht alter weil wenn das die kollegen sind dann machen wir den hinterhalt warte ich scanne mal oh 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 der steht hier oben wer ist das wer ist das wer ist das obi wahn heißt der aber wie hat der hat der einen clan tag oder so davor ne 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 das steht einfach nur obi wahn na gut der hat ja nichts gemacht dann lassen wir den kommen hello obi mr wahn friendly my friend friendly my friend we are friendly too ok lass mir in die ruhe oder was ja ja lass mal alles klar wir haben wir in die subway nochmal ey bei dem stehst du ja nix hier ok ab in die subway aber jetzt ein sandwich ne boah soo vielleicht finden wir mal einen neuen loot hier mal alter alter oh da ist ein curry alter da ist ein anderer spieler dachte ich aber auch kurz gerade sagen können wir in die zone können aufpassen hier ist wieder so eine chest ey aber können wir die öffnen ne das kann das ist nicht so eine kiste oder warte mal ganz kurz ein bisschen angenehmer gerade das blendet nicht so ne alter wie das hier aussieht ey die irgendwas hier sind kisten aber die können wir auch nicht öffnen oder wurden die schon geöffnet oder keine ahnung da war ich aber noch nie ey ich weiß auch gar nicht wo man hier hinkommt boah guck mal hier wobei warte mal komm mal kurz zurück curry guck mal hier ist irgendwo was warte mal hier ist noch eine markierung warte mal naja ich seh die auch aber ich irgendwie kommen wir da gar nicht hin wo ist das ich weiß es nicht ich weiß nicht ob das in dem raum war oder in dem raum hier ist ich hab keine ahnung ach das gibt warte geht das noch hier weiter runter kann das sein und dann hier rechts ja hier sind wir richtig ok nice hier sind die kisten was du denn da alter wo ist das schwer ok ein schutzholzer nice ok müsste echt ein bisschen mit der karte arbeiten zack boah das ist aber guter loot ne ok dann wissen wir auch wo wir die kisten finden ne ja war hier nicht noch eine ich weiß nicht wo ist noch eine dennis kannst du die nicht öffnen wo warte mal hier hinten ist da irgendwo noch eine kiste ah hier stimmt hier irgendwo muss noch eine sein warte mal hier rum kannst du die öffnen warte ich guck da ist echt guter loot drin alter ich komm hier hoch warte ah ragen acht warum kann ich die das wäre so geil wenn ich dir den loot geben könnte ne nimm nimm hol dir doch die sachen raus aber ich krieg dann auch äh oh ich hab ne waffe gekriegt ach du kriegst das auch ja aber nicht alles ich denk mal nicht so hochwertigen loot wie du was hast du denn für eine waffe gekriegt m m911 ne nee warte mal ich guck ganz schnell warte kann ich das irgendwo nachgucken nee du kannst so gucken was du in deinem inventar hast was du bekommen hast wieso kann man denn nicht in den rucksack der darkzone dings gucken das ist ja blöd hey das ist doch alles oder nicht ist doch direkt alles dabei wo wo auf übersicht und dann auf waffen ne warte im inventar ja genau auf übersicht und dann siehst ne darkzone sachen kann man nicht sehen oder bin ich jetzt bescheuert rucksack durchsuchen ne hä wie viel waffen ich hab alter ne kann man echt nicht sehen voll komisch ja ok komm alter bergung da vorne wieder wir müssen die waffen aber gleich echt los werden ne ja ich hab ich hab zwei jetzt waffen zwei so militär eines gar und eine m911 alter nice und einer ist eben wie in unserer gruppe drin du das kann ja das kann interessant werden wenn wir gleich den loot weg bringen müssen ja sie verlassen das kontaminierte ja also in solchen kontaminierten dinger da findet man meistens fette kisten wo dann guter loot drin ist das ist schon mal hätten wir das schon mal geklärt oh warte mal der hat hier ne bergung lass mal hier hoch boah oh 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 stopp 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 alter was geht denn da vorne ab 119 mann die sind die sind das ne 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 das ist menschenjagd die brauchen wir gar nicht angreifen das kannst du vergessen sind die bei einem hiliport oder was sind die bei einem hiliport oder was das mal links zur bergung ne links 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 komm wenn die kannst du haben was sie auch nicht warum bleiben sie da hinten ja ja aber keine ahnung das sind das sind richtig fette gegner alter wir sind so was von unfriendly 33 sekunden ok jetzt müssen wir aufpassen hoffentlich kommen 100 pro alter geh mal in deckung ja bin ich ne ich glaub die kämpfen da hinten noch ok dann lass die mal machen wir müssen mal wenn sich zwei gruppierungen bekämpfen dass wir dann da so aus dem nix kommen weißt du ja ja ich gucke ich gucke die ganze zeit dahin ob da irgendjemand kommt ich habe so ich auch gut ich gucke aber auch in die anderen richtungen ok der helder umschrauber kommt komm go 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 ladungsaufnahme erfolgt mach das seil runter komm go ab geht's hier kommen mehrere spieler aufpassen ah lass mich wirklich die beute dranhängen ja mann ok ab mit dir zack safen nice ok ich hab eine ich hab eine m1a classic bekommen ja nice m1a sehr sehr gut die kommen dahinten ok nein nein lass uns bitte weg gehen alter obwohl wir haben ja kein loot mehr ne ne lass mal beobachten lass mal beobachten wir können ja mal komm wir gehen mal einmal außen rum und dann beobachten wir die komm mal mit ok stimmt hast du recht können wir mal gucken geil wenn man den hubschrauber jetzt hier nehmen könnte ne jo alter oh hier wird geschossen links hörst du das auch ja ja aber ist ja egal komm aber jetzt geht auch richtig der krieg ab was ist denn hier los in den straßen von new york ja bisher machen wir das ganz solide ne ja ja gut ja gut wir würden überranen ne wobei hier ist noch so ein bereich komm ich mal guck vorsicht da ist ein spieler guck nochmal hier oh hier rein oder was ne ah hier 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 ah 10 oh mann ich brauch ich brauch noch ein gegner dann können wir die kiste looten ok also ein so ein KI gegner oder sowas ja ja ich weiß dann bin ich level 10 sie verlassen jetzt das kommt sonst dass man merken das war bei korea town die nächste rechts alter die nächste rechts da muss ich sagen wir hatten ja am anfang so ein bisschen probleme weil wir nicht wussten wo man hier guten look findet oder so aber da macht das natürlich sinn ne ja und vor allem wenn man hier gelevelt hat und sowas wenn das spiel im jahr rauskommt ey was man dann alles für korea du hast in die falsche richtung ey was ist jetzt ich bin rausgetappt alter hä was du denn läufst halt auf einer stelle alter der spiel ist einfach weg willst du mich verarschen spiel mann ok dann warte ich eben auf dich komm go jetzt wirft der mich raus alter ich flipp aus ey das ist einfach weggeploppt ich bekam nicht mal eine fehlermeldung oh mann ok ich warte einfach auf dich hier und dann geht es weiter ja ja kann ich nochmal ganz kurz was nachgucken guck mal deine rüstung durch ob du schon nachgeladen hast und alles naja ich wollte mal ganz kurz gucken ob ich irgendwo ein ausrufezeichen hab naja bin nicht alles gut naja aber ich wollte mal an meine einstellung kurz gucken ok ich komm hin ich zeige ja oh mann das ist ärgerlich ey ah guck mal schattenqualität könnte ich noch höher stellen krass kann ja den fps log sogar rausnehmen ey also wir haben echt schon viele möglichkeiten ab gehts komm mach hier ne spiel mann ich will wieder rein rein in die bäder 3d ultra nebel so was wind beeinflussen oder schnee aktivieren krass hoh oh nein das habe ich jetzt einen Fehler wie du alter ich kann nichts anklicken oder was hä nice hey was ist los ich kann jetzt auch nichts anklicken wie du vorhin oh ach so jetzt gehts hä das ist zu behindert ja ja verstehe den bug auch nicht wenn ich ehrlich bin so ich komm jetzt oh geil ey die sonne geht grad auf in korea town komm jetzt komm heilig korea ja bleib bitte safe bitte geh irgendwo in deckung oder oder such gegner also KI gegner naja ich glaube ich gerade mal ein bisschen durch die straße und gucke mir das mal alles an hier so ich bin da right man ok weiter gehts ja wo bist du hier bin ich schon mit deiner gruppe ne noch nicht doch doch bin ich bin ich bin mit deiner gruppe hi aber da bist du ok ne du bist bei mir noch offline hä hä ich sehe dich hier rennen aber ich sehe dich nicht ich auch hä da ach jetzt doch bist du aber in meine gruppe ja jetzt bist du drin ok ich bin in deiner gruppe hier links waren glaube ich KI gegner die können wir mal angreifen dann können wir uns die Kitze schnappen yes da vorne geht noch mal Krawalle hier oh wir schaffen quats sehr gut ok ich brauche noch ein paar mehr anpunkte also dauert noch wow Alter Sniper hab ihn ok noch mehr Gegner wow 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 ich muss in Deckung wir sind tot das glaube ich nicht oh fuck der hat mich gut gehittet ok ich hole mal meine Sniper raus yo nice wow nice geholt Alter die Sniper mega viel ich bin aus der Deckung raus ich bin aus der Deckung raus warte 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 bang sehr gut yo man rang 10 und ich bin rang 7 ey dann können wir gleich die oh da ist noch einer oh da ist noch einer warte warte ich soll sie nochmal zeigen ok down sehr gut links und rechts oh da oben hab ihn ok ist down links ist noch einer noch mal ein bisschen von allen guten Geister wollen hast oder was Bats super sehr gut dahin hab ich Spieler rennen sehen lass uns gleich erstmal zurück zur Kiste ja 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 ok ich hab Loot hier kommt auch ein Spieler oder friendly friendly I'm friendly go your way I must den Curry noch Mute nehmen ja ich auch so ich mute mich auch ok Mute dich mal selber ok dann gehen wir hier kurz die Kiste öffnen ja go die geheimnisvolle Kiste ja was hast du denn geschmissen ich hab keine Ahnung rechts war das ne ja das war Korea Town warte mal hier ist auch links was guck mal kurz ja hier ist auch links was die ist aber oben irgendwo ne hier unten ok da kannst du auch öffnen ok alles klar eine Brandgranate ja schön schick schnieke hör mal schnieke 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 jetzt kommt die Entscheidung ey Kiste 10 Level 10 da muss ja der Oberschild drin sein ab geht's lauf ist das die richtige Richtung ja oder Korea Town müssen wir warte mal bleibt mal stehen ich guck mal ganz schnell auf die Karte Korea Town ne ist die falsche man weiß das nicht ne da steht da nicht bei ne da steht da wirklich nicht bei ah hier links das ist das lange gewesen ja ja lange ist das lange Straße ok dann holen wir hier um den Block ja mein Block mein Viertel hast du jetzt Loot? ja ne ja ja ich hab hinten da ein Täschchen aber wir können hier durch das find ich auch geil immer oh guck mal hier ein Kino Kino hier ist es ne hier ist gar nicht die Kiste war das die hä? doch Korea Town doch hier war die da gibt's in zwei Bereiche warte mal hier vorne gab's auch noch einen glaub ich guck mal grade auf der Karte ich mein das war der Gang ja das war der Gang nämlich ne hier ist aber auch noch eine aber die Kiste konnte ich grad nicht looten ja hab ich gesehen komisch vielleicht hat die schon jemand gelootet das kann sein ja grad sagen vielleicht war jemand anderes da dran wie äh die spawnen die denn ich weiß es nicht ich hab keine Ahnung aber hier rechts können wir auch noch mal gucken vielleicht haben wir hier noch was ok man oh zack gehen wir hier rein wo ist die Kiste ah hier wurde auch schon gebootet sie sind bescheuert ok ja waren wir zu spät waren wir zu spät hä? warte mal kurz testen also immer wo dieses Emblem dann ist dann sieht man dass man looten kann sonst ist es leer alles klar ah da geht's dann wissen wir ja Bescheid warte mal hier ist auch noch was war da vorne ganz geradeaus ist ein abtrünniger Spieler glaube ich ok here we go again und rechts von uns ist auch ein kontaminierter Bereich noch mhm ich scann mal kurz aber ist alles ruhig doch da vorne abtrünniger Spieler der hat jemand getötet warte ich komm mhm wehe ich den von hier ja einer rennt da vorne ich weiß aber nicht ob das ein mhm Bergungen haben die da vorne auch wo ist der abtrünniger Spieler denn hin? ich weiß es nicht er ist auf jeden Fall in die Richtung wo du jetzt lang rennst komm wir gucken mal Spurensuche im Schnee abtrünniger Spieler oh wir sind jetzt 7 bis 8 also schwer aber der Rang reicht der naja oh da ist noch Loot hier vorne guck mal oh da ist er warte mal da ist einer da ist aber kein abtrünniger links ist der der ist glaube ich bei der Abholstelle können wir mal rüber gleich links bei der Abholstelle da rennen mehrere zur Abholstelle na wie die ihm alle so einen Run da drauf machen ne komm go 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 warte mal kurz ok lass uns hier rechts der Kollege scheint ja ein bisschen nervös zu sein lass uns über die Leiter kommen ich geh Parkhaus du gehst Parkhaus? ich geh durchs Parkhaus ok ein abtrünniger Spieler ist hier ne ja ich hab ihn markiert ok ich sehs ich sehs ich bin bei ihm oh der schießt ja man nice nehm den Loot nehm den Loot ich brauch Hilfe Curry der sind noch mehr helf mir helf mir helf mir sie sind jetzt als abtrünniger Gekennzeichner holi holi hi man nice sauber ok loot go ja der war abtrünnig ne so kann man das halt machen ok go jetzt sind wir die badass oder was oh 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 wir werden beschossen ich sehs ich kann auch irgendwas friendly 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 ja scheiße sind natürlich jetzt gekennzeichnet als abtrünniger alter friendly oh alter wie viel sachen hab ich denn gekriegt so aufgerei alter wir sind mega am Arsch gerade ich werde irgendwie angegriffen von irgendwas von hinten wir müssen hier weg das ist scheiße wir dürfen hier nicht bleiben komm irgendwas greift mich an hä hier ist hier schießt niemand auf mich und ich riecht die ganze hä 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 wie hat der das denn ok geh um die Ecke geh um die Ecke ich hab dich was ist das denn alter ich werd aber auch betroffen wir müssen hier runter hä ok go 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 alter wie kann das sein dass ich angehütet werde wovon ach von der seite gut dass ich den loot noch weggebracht habe ja ich bin drauf ich geh drauf Curry ich bin down scheiße man halt ich scheiße ich weiß nicht was ich machen soll hau ab hau ab hau ab boah aber wir haben mega loot gekriegt alter mega shit haben wir gekriegt man 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 fuck der verfolgt dich pass auf die verfolgen dich ja ich hau einfach ab jetzt Curry du musst immer leben du bist dein letztes survivor Curry Curry ja 5 Sekunden einmal war das voll komisch von wo hat der uns beschossen ja ich hab auch einfach voll viel äh ich wurde voll viel angehittet obwohl irgendwie nix war so weißt ich bin 194 Meter entfernt jetzt ey der schießt schon wieder ey das war jetzt echt strange ohne Witz lol der wollte mich K.O. schlagen ist der dumm du bist hinterher gerannt und wollte mich K.O. schlagen aber du bist nicht tot ne ne aber ich bin jetzt Rang 2 Abtrünniger alter was ist das man hä der hat doch das Feuer auf mich eröffnet ach schon außerhalb der Betazone nice ja toll jetzt muss ich hier warten ich warte einfach hier jetzt heilige scheiße man der ist mir einfach gefolgt und hab mich dann gehauen ich glaub der hatte keine Munni mehr der Typ geil ja ich bin jetzt 99 Sekunden bin ich abtrünnig ne ich komm zu dir warte sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet aber irgendwie war das strange alter wie wir angehittet wurde ja beim ersten Mal war das richtig komisch ich hab auch niemanden gesehen oder sonst was ja und ich hab auch keine Sounds gehabt ja komm ich denn jetzt am besten zu dir warte mal strange strange aber so läuft das hier in der Dark Zone bei der Division wie weit bist du denn weg von mir ähm Alter da oben geht schon wieder der Krieg ab oben auf dem Dach warte mal ich muss mal kurz was gucken guck mal grad auf der Karte ok du bist ein bisschen weiter weg wo gehst du hin? hier ist so ein Sniper Symbol ist hier ja ich weiß da war ich auch schon aber irgendwie kann man da nichts machen ey ok ok ich muss hier weg von der Land Zone Alter das ist richtig scheiße komm mal zu mir Curry kannst du? vor allem das Problem ist wenn dir jemand begegnet oder so und der sieht dass du abtrünnig bist ne dann bist du direkt freiwild ich komm mal in deine Richtung Quarantänebereich hier Back up is coming hey wo bin ich denn alter was denn was denn? richtig fetter Quarantänebereich fast ne ganze Straße holy shit wow fuck spieler big bad wolf ich bin gleich ba- äh ich hab mich jetzt ah fuck hey ja das meine ich halt ne ach fuck ey hello oh man ich wollte doch gar kein abtrünniger sein aber wir wurden doch getötet von jemanden und wurden alle gegriffen halt mal hier ist noch ne Kiste guck mal wenn man gekillt wird dann lässt man auch manchmal private Objekte fallen stimmt oh man ey ok ok Kontrollpunkt West Warnung die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet das Leben ist nicht einfach in der Postapokalypse so wir haben vorhin gut gefightet ey aber der eine Typ ey der war irgendwie so ich muss jetzt eigentlich gleich bei dir in der Nähe sein jetzt was halt ich guck mal warte mal irgendwo hier müsstest du sein wenn du noch nicht weggelaufen bist vor mir ist ein Spieler ja pass auf ne komm einfach in seine Richtung ah ich seh dich ok es sind 3 ich komm in seine Nähe also nicht abtrünnig oder aber ich mein das ist dieser eine der uns vorhin auch angegriffen hat wie heißt der denn einmal der Body Boy Body Bot Two und äh zwei gehen grad nach oben zur Landing Zone wenn du einen Big Bad Wolf siehst dann äh ne hab ihn noch nicht bist du auf jeden Fall kannst du ihn auf jeden Fall töten was macht der da? der steht da einfach nur rum Body Bot ok boah hat der eine geile Waffe alter was ist das denn? ah der fährt der Sniper oder was? komm wir gehen auch nochmal hoch Curry komm mit ein Jagdgewehr ey der schießt auf mich der schießt auf mich Dennis wo ist der wo ist der wo ist der hä warum hat der denn das Feuer eröffnet der hat einfach das Feuer eröffnet du Idiot ich bin schon wieder down hä ah ich bin bei dir sorry ich bin bei dir ja aber die schießen auf mich aber warte mal hä der hat doch das Feuer eröffnet ich verstehe das nicht alter ja ich bin down hä was war das denn? der hat einfach auf mich geschossen ja hat er Bock drauf gehabt hör mal ja toll bist du ganz tot ja ich bin tot ja und dann sag ich mal liebe Freunde wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Division eine Dark Zone Folge Brett haben wir da raus ey weil's so schön ist wir sehen uns dann bis morgen liebe Freunde tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020